Schön, wie die noch da oben hängen. Wäre ja auch langweilig, wenn die da richtig rausfahren würden und so. Dann kommen die einfach von Hit und Jagd in die Scheiß in die Hölle und dann passt die Sache. Schön, wie da irgendwie ein Schiff gegen ein anderes Geschick ist. Ich will das bitte mal in die Luft sprengen. Ihr jagt das mal in die Luft, wenn ihr schon da seid. So, weiterfahren. Nein, es ist da noch eins. Ich muss dieses U-Boot weg, weiterfahren. So, was macht ihr Schönes? Schießt ausnahmsweise mal nicht einer gegen einen. So, das sind die Japaner. Wo habe ich denn das Ding gesetzt? Ich setze es mal da hin. Ja, wenn ihr das Ding mal in die Luft schrengen würdet, würden wir nicht angegriffen werden. Na, ist das so. Was zur Hölle ist denn jetzt hier kaputt? Russen mögen scheinbar nicht, dass ich hier ein Flughafen kaputt gemacht habe. War doch nur ein kleiner Flughafen. Super, jetzt bin ich ja gerade entscheidend. Mache ich die U-Boot kaputt oder das da? Oder ich das dann nicht mit dem... Angeblich mache ich genauso viel Schaden wie die. Ich bin mir aber nicht sicher, irgendwie. Ihr braucht wieder zwei Stunden, weil das irgendwie lahm sein soll. So, ich habe schon die Hälfte davon verloren. Ich muss erst mal das U-Boot knichten. Ich muss die ja ein scheiß Werft platt machen und hoffen, dass die dann wirklich keine Verstärkung mehr bekommen. Hm. Ach nö, lass mich gerade ein U-Boot. Ne, nicht mal. Super. Sind die ja genau dann losgefahren, wenn ich losgefahren bin, oder was? Da ist noch mehr, ja. Ja, ha, leckt mich. Ihr habt hier nichts mehr zu tun gerade, nein. Ihr fahrt einfach mal weiter. Ich führ mal ins Zeredit hin. Okay, warum ist der da oben und wo ist mein Zeredit? So, wir lassen mal da unten gucken. Auch noch eins, wirklich. Ich weiß immer noch nicht, wo mein Zeredit hin ist. Wo ist der hin? Ernsthaft. Ach, da. Ah, der wurde da angegriffen. Okay. So, wie sieht's aus? Alles klar. Dann fahren wir jetzt bitte mal da weiter und hoffen, dass da nicht noch mehr kommt. Was ist denn scheiß Mücke hier? Das ist Winter. Geh sterben. So. Dann hab ich dich nicht mitgenommen. Egal. Also, im Moment hab ich überlegt, wo sind meine Werften, aber die sind bloß gerade durchsichtig. Gut. Wir bauen sicherheitshalber nochmal so völlig grundlos 30 Kriegsschiffe und... Das hat jetzt keinen tieferen Grund. Wenn ich nochmal 30 und 20 baue. Wir werden angegriffen. Wirklich. Naja, komm, du bist eh tot. Tschüss. Komm, der ist aber nicht reingefahren, oder? Doch. Natürlich kommen die jetzt da reingeschissen. Fahr mal ein wenig weiter da rein, dann kommt er vielleicht doch nicht. Wohl, ne, ich hab doch keinen Bock. Super, ich hab wirklich halb zusammengeschossen, meine Farmhara. Großartig. Ich kann übrigens immer noch keine richtigen Flugzeuge bauen. Und ich will dann, solange diese scheiß Russen mit ihren Kack-U-Boden da immer wieder kommen, kann ich jetzt auch vergessen, da irgendwas draufzubauen oder hinzuschicken, weil die melden mich dann immer wieder nieder. Und ich frage mich immer noch, warum sie da so viel gebaut haben oder warum die da rumstehen. Die sind Russen und haben gerade Wodka bei Hause. Erstmal Wodka trinken, dann kann man weiterarbeiten. So, wollen mich zum Arzt schon wieder ausreden, das ist dann eine Frage. Oh, die tun sogar so, als würden sie Nahrung ernten. Vielleicht soll ich das mal abschalten. Wobei, die haben auch keinen Eisen oder Stahl mehr. Äh, Eisen oder Gold mehr, aber trotzdem haben sie noch... Das brauchen die offensichtlich nicht. Ähm, sind ja keine... Nein, ernsthaft, die haben gar keine Ressourcen mehr, um Schiffe zu bauen. Die haben nur noch zu fressen und damit kann sie keine Schiffe bauen. Es sei denn, die bekämen natürlich jetzt hier vom Feind noch. Ähm, der hat ja noch Luft da, wir sitzen deswegen, stelle ich den mal da hin. Ihr fahrt da hin und ihr setzt euch direkt da hinten irgendwie, da hinter. Direkt da hinter, da hinten. Da hinten, da hinter. Wir werden angegriffen, Herr Barke. Bereche neu kommen. Schade, dass ich überhaupt kein Kommen Tag habe, dass ich Molotow getötet habe. Hallo, jetzt bleibt doch mal stehen. Erst hier groß, ne, groß aufkrachen. Und dann doch wieder den Schwanz einziehen. Nein, 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 nein Hätte ja sein können, dass er es überlebt, ne? So, wir wollen jetzt erstmal hier noch den Sicherheitshalber diesen Flughafen in Stücke sprengen. Auch wenn die scheinbar keine Atombombe mehr bauen, nicht das Licht herausfinden, ob das wirklich so ist. Wir lassen mal kaputt schießen, geht das? Ich mag Luftlaufe endlich nicht. Und jetzt sammelt ihr euch mal irgendwie da. Das kriegt ihr eh nicht hin, aber... Versucht mal euer Bestes. Ihr fahrt so ein bisschen weg, damit ihr nicht im Weg steht. Und die schießen schon wieder auf irgendwas. Ich hoffe jetzt nicht auf feindliche Kampfeinheiten. Ich kann mich nicht erinnern, mich euch so hingestellt zu haben. Okay, wir machen das jetzt anders, so. Und der Rest versucht sich auch mal irgendwie aufzustellen. Die bauen neue Atombombe und ich hab keine Luftwaffe dabei. Das wäre jetzt schön, wenn wir so ein bisschen da wegfahren. Hat sich erledigt. Hat sich gerade erledigt. Reparierst du oder stehst du da dumm rum? Grafikfehler war da eben? Hat man so ein bisschen auf da, so schreit... Nee, du landest. Ja, du landest. Okay. Komm mal da hin. Ah, da hin. Dann fahrt er eben nicht hin. Dann fahrt er eben nicht hin. Egal, der hält nicht mehr lange. Theoretisch. Theoretisch hat der aber auch ganz schön... Schmeißt er die jetzt hin? Ich muss erst mal drehen, bevor er sie schmeißen kann. Okay. Äh, wo fliegst du jetzt hin? Ich will es nicht wissen. Schießt schneller. Bin mir nicht sicher, ob ihre Barrieren einfach noch dumm in der Gegend rumstehen. Das wirkt so ein bisschen, als würden sie noch dumm in der Gegend rumstehen. Wo fliegt der Atombomber hin? Schieß mal da drauf. Haben die noch irgendwo ein Kapitol? Nö, ne? Nö. Ah, da fliegt der rum. Drei Schiffe versenkt. Sehr gut. Schiffe versenkt, das spielt man nicht mit Atomwaffen. Also. Wobei, könnte lustig werden. Und jetzt ist er am Arsch. So. Nachdem wir mal das sicherheitshalber noch aus... Oder hinten haben wir noch eins. Was ist denn hier letztes, wo ich das sehe? Ja. Da wird dir jetzt keiner, ob mir das irgendwas bringt, wenn ich die komplett... Hallo, da ist eine riesige Lücke. Wie kannst du da nicht reinpassen? Ich meine, die Lücke ist jetzt nicht gerade klein. Da passt auch ein Kriegsschiff rein. Hier siehst du, das ist nur mein Kriegsschiff gepackt, Alter. Schieß platt. Scheiße, so. Du stehst aber ein wenig zur Dekoration da rum. Passt schon. Gut, keine Atombomber mehr. Das ist schon mal... ...etwas, was ich begrüße. Hier steht noch die Luftarmheit, aber... ...habe ich noch unsere Satelliten gebaut? Ich wollte, glaube ich. Ich habe es aber nicht getan. Ich brauche vielleicht mal ein paar mehr. Wir haben ja die Ressourcen so lezent. Holz wird langsam wieder. Holz ist immer irgendwie am wenigsten, weil wir Schiffe bauen, was er sollt. Ich frage mich zwar, wo hier in dem Schiff Holz verbaut ist, aber... Oh, das könnte erklären, warum es so schnell kaputt geht, ne? So viel lieber sterben. Sterben. Stirb, Gebäude. In dem kein Leben herrscht, weil es... ...weil ein Leben, was das Objekt ist. Und um sicher zu gehen, sprengen wir das da oben jetzt auch noch in die Luft. Ich hoffe nur, dass sie das hinbekommen. Oh Gott, ich hoffe, dass sie das hinbekommen. Allein, dass er schon mal stehen bleibt, heißt schon mal nichts viel. Das kann ich leider nicht kaputt machen, ist aber auch nicht wichtig. Sie haben keine Werft mehr, keine Flugzeugträger mehr, kein... Die haben keine... Ich fahr mal lieber da hinten rum und küff das mal besser nach, ne? So, zünden wir auch in die Resilung ein bisschen an, ne? Es könnte ja auch sein, dass die Ressourcen von den Typen da so immer so rübergeschickt wurden, oder... Halt hier so ein bisschen unwahrscheinlich. Und das heißt, im Spiel trau ich alles zu. Vor allem mit dem Edel. So. Ich bringe die scheiß Sieger in die Luft. What this? Gut, jetzt können sie ja die Ressourcen irgendwo mehr abliefern. Die können keine Leute mehr bauen. Das ist... Also, die haben, glaube ich, noch Leute. Ja, da haben sie noch einen. Jetzt gleich nicht mehr. Ja, wir haben noch irgendeinen Transporter und so da rumstehen. Alter, wie viele Leute haben die von ihnen ja noch. Lass dich einfach mal sch... Die haben da aber kein Gebäude mehr, oder? Ich hab doch uns da gebeten. Was ist da? Wer ist das denn jetzt? Wer ist der Offizier? General Rikuf? Rikuf? Wie auch immer. Okay, wer ist das? Wo kommt der her? Den kenne ich nicht. Ich hasse es, wenn ich Leute kennenlerne, die ich nicht kenne. Ich kann den gar nicht so da rumstecken, weil da noch die... Luftabwehr steht. An die ich nicht rankomme. Na also. Warum drei Eiern die noch da rum? Ich schieße sie besser mal an. Jetzt ist sie tot. Richtig. Da oben kommen ja die Russen dann wieder mit ihrem... Och nö, ein U-Boot. Ist grad schlecht. Kommt grad ungünstig. Wir drehen mal um. Und schießen mal da drauf. Offensichtlich. Hier haben sie immer noch U-Boot. Ich glaub's nicht. Also sie sollten jetzt keine neuen mehr bauen können, hoffe ich. Ich hab hier scheinbar alles erlischt. Ich glaub's, wenn ihr alles erlischt. Mein Kopf ist auf, was haben wir noch schieben wieder. Schießt ab. Och nö, da haben wir noch Panzer stehen. Das ist sehr ungünstig. Macht hier viel Schaden mit. Nee, macht sowieso gar keinen Vater weg. Greift das U-Boot an. Das ist sinnvoller, als wenn ihr da... Sollen die denn da jetzt noch Panzer stehen? Wir werden dieses eine U-Boot noch vernichten. Das können sie nämlich, glaub ich, nicht nach... Ich hoffe einfach, dass sie das nicht nachbauen können. Ja, schießt das kaputt. Da ist noch so ein Gebäude. Leck mich doch. Danke. Ich geb mal auch das da zerstören, auch wenn das, glaub ich, nichts mehr groß bauen kann. Das wären mir ganz recht, wenn das auch noch weg wäre. So, ist da oben noch irgendwas, was... So aussieht, als könnte es... Es dampft hier aus dem Berg. Okay. Das sind wohl heiße Bergquellen. So aussieht, haben die hier oben auch gar keine Ressourcen. Moment, den haben wir schon getötet. Warum lebt der jetzt wieder? Der war tot, oder? Ja. Oh, ich hab alle verloren, was ich hatte. Da haben wir noch ein bisschen Rebellen-Abschaum. Terroristische Abschaum ist da auf dem Kabel. Sind wir das noch kaputt? Nee, nachdem. Nee, nee, das kannst du vergessen. Ah, hier lebt noch einer. Hm. Gut, es ist... Atombomber sind weg. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass die nichts Neues bauen. Es wäre ärgerlich, wenn sie das tun würden. Jetzt haben wir noch... Die Russen mit ihren weitreichenden U-Boots-Dingern und... Ja, die halten ganz viele Rebellen noch. Ach, dass er schon da an Schiffen rumfährt. Das ist doch schon abartig. Wir haben halt auch noch einen Flugzeugträger, der immer wieder neu gebaut werden kann. Das ist großartig. Wir werden angegriffen. Dann gehen wir noch mal aufs Klo. Das ist auch abartig. Okay. Wo steht denn ein Flugzeugträger rum? Da steht er rum. Wir werden angegriffen. Hm. Wir versuchen jetzt einfach mal was. Und zwar nehmen wir... Einfach mal an euch. Wir stecken euch einfach mal auf ein Schiff. Hallo. Kommt ihr mal. Meier, großartig. Geht jetzt mal auf dieses Schiff. Dann nehme ich mal meine dezent vielen Schiffe. Und schießt damit erst mal das U-Boot kaputt, wie es aussieht. So, und fahren dann erst mal mit diesen ganzen Schiffen da raus. Hoffen, dass das irgendwie funktioniert. Ich finde es schön, wie das U-Boot so schräg liegt und dann erst hin da geht. Die schicke ich jetzt einfach mal so da hin. Am Satellit habe ich hier auch welche. Ich will das auswählen. Mach mal das Kriegstift hier kaputt. So, U-Boot. Habe ich hier irgendwo U-Boot? Gut, dass das natürlich jetzt genau so da vorne rumfährt, anstatt dass es weg mit euch von der Front, ihr Vollidioten. Das soll die nämlich gar nicht sein. Parkt euch mal da hin. Ihr parkt euch da hin. So, meine Satelliten überwachen den Himmel. Was soll schon schief gehen? Alles gut. Hätten wir das auch geklärt. Fahrt ihr mal da ein bisschen weg, bitte. Steht mir schon wieder irgendwie im Weg. Je mehr ihr das geschafft habt, obwohl ich... Wie hätte ihr das gemacht? Ich habe auch die Flaggen ganz woanders hingesetzt und alles. Steh, wer will. So, die Satelliten warnen mich vom U-Boot. Ich habe keine Lufteinheiten erstmal in der Gegend. Das finde ich auch schon mal gut. Da ist er. Von hinten kommt auch schon mal scheinbar nichts. Ich stelle da mal noch einen in die Mitte. Ja, das kann meinetwegen da alles stehen. Muss das weg? Nein. Gut. Ich hoffe einfach mal, dass die ganze Insel als Gebiet gilt, wo ich was Zeug bauen kann. So, ihr habt noch ein bisschen Gruppensex. Sehr schön. Ich möchte nicht mitmachen. Nein, danke. 500.000 Tonnen sind immer ein bisschen zu viel für eine Frau. Klingt auch ehrlich gesagt ziemlich ungesund, wenn eine Frau 500.000 Tonnen wiegt. Gut, ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, was die wiegen, aber so prinzipiell, ihr wisst schon, ne? Das Problem an der Sache ist jetzt, ich kann da auch keine Abwehrschirm bauen. Okay.